Willst du den Himmel her? Filmst du mich? Film meine wunderschönen Haar. Ich krieg normalerweise Geld für Filme. Kannst du mir einen Kaffee bekommen? Tja! Ich habe auch zu filmen. Du hast im Video irgendwie einen Vorne-Dachsteller in den Blick. Wir schauen den Vorne-Dachsteller aus. Was denn ein Vorne-Dachsteller fängt? So nehme ich. Ich koste nichts. Oh ja, den Blick habe ich drauf. Sehr gut. Ja. Ja. Ich guck mal die Frau ist so klein, die muss schon einen kleinen Becher mit so Händen halten. Das ist klar. Bitte! Ach, komm! Ach! Was setzt das Film-Ding da aus? Komm, fangst du lachen an! Nein! 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 Das musste ich zwicken. Du hast dich schon gefilmt, wo ich gelacht habe. Nee, das war ja noch zu kurz. Wir möchten die längere Fassung haben. Ich film dich nicht mit. Ich vergesse. Nein! Nein! Gut, dann müssen wir hier einen Witz erzählen. Nein! Bitte! Sag was Liebes... Sag was Liebes in die Kamera, dann war's das. Oh, nicht leck mich am Arm. Das war... Wozu kühlst du mua la mula weg in Peltöse? Ich bin jetzt auf Deutsch. Lass meine Muschi mit einem Rasenmäher befrieren. Ja, nicht so sehr. Ja... Das war ja wieder. Ja...